Tschakabumbia, hallo und herzlich willkommen, M4Tirol hier, heute mit einem kleinen Guide zu dem Devcube. Devcube ist zu haben seit Update 8, genauso wie Frost Prime, das ist eine neue Warframe-Rüstung. Kriegt er meistens in diesen Orican-Türmen und hier sehen wir schon gleich, genauso wie bei den anderen Wächtern, haben wir vier Polaritäten. Seine Polarität ist eher so, dann nennen wir sie mal Gebot. Und ich habe feststellen können, dass das jetzt irgendwie die Anordnung dieser einzelnen Modes auch deren Reihenfolge bestätigt. Also sprich, das kommt zuerst, das als zweites, das als drittes und so weiter. Also dachte ich mir, okay gut, guckst du mal ein bisschen rum, was ist für dich das Beste? Für mich war das Beste, dass ich erstmal Schildregeneration ein bisschen hochpusche, also sprich erstmal Wächter, danach Vaporize, wobei es nichts weiter ist als ein etwas stärkerer Laser-Beam-Schlag, sag ich mal, der die Gegend blendet. Dann haben wir halt einmal Erneuerung und dann nochmal zum Schluss halt Switch, Swift-Death. So, was sind hier die Neuerungen? Diese neue Mode, sieht man daran, dass es noch nicht in solche besetzt worden ist. Der, den habe ich ja eigentlich schon erklärt, der macht sehr starken Schaden, muss ich gestehen und sollte wirklich vielleicht sogar noch am Anfang benutzen, weil ihr damit die Gegner lahmlegen könnt, schneller tötet. Ich habe ja zur Zeit Ember, als meine Warframe und die hat eine geringe Rüstung, dementsprechend habe ich Wächter reingeknallt. Das eine habe ich Erneuerung, weil es der Death-Cube mal stirbt, regeneriert sich einmal und zum Schluss habe ich halt diese Swift-Death? Death? Swift-Death? So, da haben wir es. Genomen, das beschreibt nichts weiter als, er attackiert sofort jegliche Gegner, die er sieht. Das besondere am Death-Cube ist, seine Feuerratte ist eigentlich von dieser Waffe Gabaron, also ein Death-Maschinengewehr. und dementsprechend ist auch irgendwie sein Sichtfeld sehr weit verbreitet. Also ich bin eigentlich sehr überrascht, dass er schon, wenn er sagen wir so, ungefähr aus 10 Meter Entfernung den Gegner sieht und anfängt auf ihn raus zu feuern. Sein Schaden ist 5, Feuerrat ist 8,3, 100, 100, könnt ihr ja erlesen. So, bei ihm würde ich halt immer empfehlen, diesen ganzen Origin-Zellen und Hass nicht gesehen zu benutzen, da ihr diese Wächter immer des Öfteren verwendet werdet. Und ich für meinen Teil habe erstmal meine Anlass mal so auf Level 28, da habe ich mir immer so einen 9 geholt. Das hat einfach damit zu tun, dass ich mein Prestige- bzw. Meisterschaftslevel auf Level 9 bringen will. Und das finanziert halt damit, indem ihr irgendwas level up habt. Level up habt, so jetzt haben wir es. Dann bekommt ihr halt immer 100 Punkte und wenn die Warframe hochgeskillt wird, um ein Level überhaupt 200 Punkte. Und da braucht ihr eigentlich meistens schon, ja, sag ich mal, ziemlich viel, wie man hier sieht. Je nachdem, für was ihr euren Devcube benutzt, macht ihr mehr so eine Schleicher- bzw. Ghost-Gameplay. Also sprich, dass ihr da die schöne Messe in den Rücken gerannt. Würde ich euch empfehlen, durchschlagenden Treffer zu benutzen bzw. Donnerschlag, dass die Gegner betäumt werden. Und dann würde ich bei den anderen Modes, also hier sprich, dieses Swift-Dev rausnehmen, weil es ist dann halt unnötige Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dass eine Reichweite und auch Schussweite ziemlich enorm ist bzw. einen sehr weiten Radius trägt. Ich werde heute noch ein paar Videos zu den einzelnen Modes hochladen bzw. in den Kommentaren zugeben und wie meine Spielerfahrung war. Link wird in der Beschreibung sein. Ich hoffe, ich kann das noch heute hochladen. Des Weiteren, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Viel Spaß. Tschö tschö.